Peter Elling war ein österreichisch-britischer Schauspieler, Leben. Er trat sein erstes Engagement 1919 in Ulmütz an. Bereits ein Jahr später kam er nach Berlin, wo er am Lessing-Theater und am Deutschen Künstler-Theater spielte. Während der 1920er und Beginnenden 1930er Jahre war er an verschiedenen Berliner Bühnen beschäftigt, zuletzt am Deutschen Theater. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 veranlasste ihn zur Rückkehr nach Wien, wo er an der dortigen Komödie als Schauspieler und Regisseur weiterarbeitete. Er emigrierte schließlich 1938 nach London, wo er sich in Peter Elling umbenannte und später auch die britische Staatsbürgerschaft annahm. Während des Krieges war er bei an Deutsche adressierte Propaganda-Übertragungen der BBC beteiligt. Beschäftigten Nebendarsteller und verkörperte Ausländer, zwielichtige Gestalten und Schurken, Filmografie.